Was ist der Unterschied zwischen schwarz-weiß angezogen sein oder einem schwarz-weiß Look? Ja, was machen wir? Herzchen, danke schön. Aber wie gesagt, dieses richtige Look-Gefühl, dass wir sagen, ja, das ist toll, das ist der Look, das ist noch nicht da. Diese Accessoires, die machen den Unterschied zwischen schwarz-weiß angezogen und schwarz-weiß Look. Ja, sieht cool aus, gar keine Frage, aber so ein richtiger Black-and-White-Look will jetzt hier nicht entstehen. Trotzdem ist es halt gleich ein ganz anderer schwarz-weiß Look. Black-and-White, ihr seht es gut, macht aus jedem Look gleich einen Sensations-Look. Und schon haben wir wieder aus dem normalen Angezogensein einen Wahnsinns-Look kreiert. Was wir brauchen ist, um einen wirklich tollen Black-and-White-Look herzustellen, ist, wir brauchen wenigstens ein Kleidungsstück, was Black-and-White-gemustert ist. Und wir brauchen Accessoires, die auch Black-and-White sind. Und das ist also jetzt der Look hier mit einem Poncho. Und ohne, haben wir gerade schon festgestellt, ist es irgendwie angezogen. Mit Accessoires ist es der Black-and-White-Look. Wenn mir das ganze Black-and-White zu Black-and-White wird, zack, einfach eine Farbe dazunehme und das Ganze farblich so ein bisschen pushe. Die Niere funktioniert natürlich auch mit Pink, mit Rot und so weiter und so fort. Wichtig, kräftige Farbe. Fertig. Nochmal mit der Sonnenbrille den ganzen Look schwarze Handtasche nehmen, weil ich eben schon hier großflächig Black-and-White habe. Und es zerschießt mir den Look nicht, wenn ich jetzt eine rein schwarze Handtasche dazu trage. Indem man das Ganze einfach nochmal so ein bisschen anders kombiniert und stylt. Und mit dieser Kette hier, wie gesagt, wird es... Und das hier ist, gerade wenn man jetzt so hier die Problemzonen hat, ein super, super Casheur. Aber wenn ich so angezogen durch die Straßen gehe, da habe ich nicht diesen Uh-Look. Und schon ist das Ganze doch schon wieder viel mehr ein Wow-Look. Ja, weil ein paar Accessoires dazugekommen sind. Zuerst zeige ich euch mal diese Coulotte. Die Coulotte, schaut mal her, wie die schwingt. Ich finde, für einen Black-and-White-Look brauchen wir mehr Helles. Und schon habe ich hier wieder den super eleganten Look. Cool, oder? Und dann sieht es auch nochmal ein bisschen frischer aus. Super gemütlich, lässig, cool Look daraus mit dieser Brille von der Belinda. Diese Hose, Black-and-White, ist schon im Muster. Deswegen kann ich jetzt hier schwarz und weiß separat dazunehmen. Und es sieht lässig aus. Und weil eben die... Das ist so eine super gemütliche Hose. Ein Clisset-Shirt, super gemütlich. Alles so super gemütlich. Habe ich beschlossen, der Ledermantel für den Coolness-Faktor hier zu kombinieren. Aber für jetzt ist es perfekt. Also da ist es eine ganz coole Sache. Es ist nicht wirklich Black-and-White. Und die Kleidung steht ja nicht für sich, sondern die steht ja für alles. Also es ist ja eine Gesamterscheinung. Das heißt, meine Farbigkeit der Haare wiederholt sich jetzt hier im Streifen der Kleidung. Und deswegen sieht es harmonisch aus. Je mehr ich jetzt im Black-and-White-Bereich zugebe, desto mehr kommt der Streifen in der Hose in den Hintergrund. Das hier ist durchaus ein Black-and-White-Look, den man eben so ein bisschen zart verfremdet tragen kann. Wenn es eben zum Beispiel ganz schön auf die Haare abgestimmt ist. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Auf jeden Fall gibt es den nächsten Stream am Dienstag. Wieder eine Feelgood-Zeit mit Sabine aus meinem Feelgood-Management-Programm. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann am besten entweder über meine Website. Schwindvonegelstein.de gibt es eine E-Mail-Adresse. Oder eben über Instagram Sabine Schwindvonegelstein. Da lese ich die Nachrichten auch. Den Facebook Messenger, da lese ich nichts. Ihr könnt gerne bei Facebook kommentieren. Das lese ich schon, aber den Messenger-Dienst habe ich ausgeschaltet.